Hallo Leute, hier ist Eulie Schulz. Hier auf myvideo.de habt ihr jetzt die Möglichkeit, mal ein neues Video zu schauen. Der Song heißt Mach den Bibo und das ist meine erste Single aus Koppelung aus meinem kommenden Album. Es brennt so schön. Und mit diesem Song trete ich an beim Bundesvision Song Contest 2009 für Hamburg. Drückt mir die Daumen, wählt mich, denn der Song hat ein gutes Herz und ich auch. Und er hier auch. Bis bald, euer Eulie Schulz. Hallo, Bela, hier ist Olli. Hast du Lust in meinem Video mitzutanzen? Doch, ich rufe ihn an. Hast du Bock? Hast du Lust? Hallo Bela, hallo Dirk. Hallo Bela, hier ist Olli Schulz. Du hast mir mal deine Nummer gegeben. Ich bin der Liedermacher, der Musik macht aus Hamburg. Ohne... Nee, Olli Schulz. Olli Schulz, der Große. Du, ich will nicht stören. Ich habe ein Video gemacht, ein kleines Lied. Das ist ein Lied, so ein Lied, das heißt Mach den Bibo. Das ist ein Tanzlied mit so Tanzelementen. Das geht so, mach den Bibo, mach das UFO, mach den Grobi. Und da sollen alle mitmachen. Und ich habe überlegt, dass du vielleicht auch, vielleicht hast du ja Lust um Zeit mitzumachen, weil ich finde, du bist ein sehr guter Tänzer. Das ist echt zu lieb von dir, aber... Du wollte dich einfach nur fragen. Ähm, Olli, Olaf, Olli, ich habe gerade richtig, richtig den Arsch voll zu tun, okay? Ähm, kannst du ja denken, oder? Also, das klingt auf jeden Fall wie eine richtig geile Sache. Und ich wünsche dir echt viel Glück mit der Nummer, okay? Also, Olaf, mach's gut. Danke dir auch. Tschüss, hallo. Vielen Dank. Bibo. Die Girls sind crazy, die Stimmung ist heiß. Da ist ein Tanz in dieser Stadt, von dem jeder weiß. Er ist so Groo, Groo, Groovy, sieht ziemlich netzig aus. Setz dich in Bewegung, ich weiß, du kannst das auch. Mach den Bibo, mach das UFO, mach den Globy, mach UU. Mach den Bibo, mach das UFO, mach den Globy, mach UU. New York, Rio, Kassel, Athen, das hier ist ein Tanz, den können selbst asseln verstehen. Der ist Groove Groove Groovy und tritt dich davon Denn was die Leute toben lässt, kommt direkt aus dem Vogelnest Bela, du konntest wieder erfolgreich eine Vaterschaftsklage abweisen. Wie geht's denn dir jetzt damit? Mir geht's gut. Ihr seid auch von einer langen Tour zurückgekommen. Wie war's denn auf der Tour? Auf Tour zu sein ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Kennst du den? Bibo Ufo Grob Kennst du den? Bibo Mach das UFO Mach den Grobi Mach uu uu Mach das UFO Mach den Grobi Mach uu uu Oh Oh Birdie, 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 come on Oh Oh Birdie, 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 come on Oh All night long Bibo Bibo Ufo Grobi Bibo Ufo Grobi Und sie so, ja sie so, ja sie so macht den Bibo Und du so, ja du so, ja du so machst das UFO Selbst Umi macht den Grobi Nur er so, sagt dann Herr so Doch ganz egal wie alt du bist Mach mir den Canario Oh Bibo Mach das UFO Mach den Grobi Mach uu uu Mach den Bibo Mach das UFO Mach den Grobi Mach uu uu Oh Birdie, 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 come on Oh Birdie, 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 come on All night long Kein Olaf hier Der heißt Olli Olli Hey Hier ist Bela Hey Du ich hab mir das mal durch den Kopf gehen lassen mit dem äh Mit dem Song Bibo Ufo Grobi U Uhuhuhu Ja Also ähm Du ich bin dabei Ich bin, ich Abgedreht Genau Total abgedreht das Ding Geil, geil, geil Ja Bis gleich